hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal schön dass du dabei bist ich freue mich und im folgenden video werde ich dir aufzeigen wie du mit 1800 dollar einen gewinn von 22.000 dollar erwirtschaften kannst und das mit einer überaus simplen methodik und ohne viel recherche aufwand auf das richtige siegerpferdchen zu setzen und keine sorge das wird kein kommen in die gruppe schund werden oder ich mache dich morgen zum millionär oder sonst was sondern das alles beruht und basiert auf einer überaus simplen methodik und natürlich ist mir auch die nachprüfbarkeit von den informationen die ich dir gebe überaus wichtig wodurch du alle zahlen daten und fakten überprüfen kannst nutze gerne auch die timestamps in meinem video um auf die gewünschte stelle einmal über zu springen aber eins kann ich dir sagen dass die abschnitte im video alle aufeinander aufbauen deswegen würde ich mich freuen wenn du das video komplett von anfang bis zum ende einmal anschaust aber wir steigen einmal direkt ein und zwar kennst du den hasen bestimmt du bist auf der suche nach den gold nuggets in den krypto projekten nach den token nach projekten oder coins die womöglich in der nächsten zeit ein 100 x oder 200 x aufweisen und um das richtige siegerpferdchen zu setzen versucht man natürlich auch irgendwo tag und nach zu recherchieren und zu erkennen ob es irgendwelche potenziale mit einhergeht um natürlich zu investieren bevor das ganze nuklear wird aber mit dem prinzip des benchmarking ersparst du dir sehr sehr viel recherchearbeit und kannst von vornherein auf das richtige siegerpferdchen setzen und zwar geht es nämlich darum es einfach jemanden nachmachen sollte der schon bereits erfahrungen hat und der schon bereits gewinne damit erzählt hat ich rede aber jetzt nicht davon auf irgendwelchen youtuber zu hören auf irgendwelche twitter einträge zu reagieren oder sonst was sondern ich rede von coinbase venture portfolio viele von euch kennen coinbase coinbase ist quasi die börse die ja fast jeder vertraut und hat natürlich auch ein hohes ansehen und auch ein hohes image coinbase hat auch ein investitions arm und zwar coinbase capital venture was macht eigentlich coinbase capital venture coinbase capital venture hat nur eine aufgabe und zwar ist die aufgabe auf die suche zu gehen nach neuen crypto projekten in einem frühstadium zu investieren um einfach eine zeitdimension in den raum zu werfen werden wir uns das ganze von dem dritten januar 2021 bis zum 5 februar 2022 uns das ganze einmal anschauen wir werden gedanklich in die zeit zurückreisen und werden jeweils 100 dollar in den einzelnen crypto projekten von coinbase capital venture investieren und ja schauen uns das ganze einmal an wie kommst du eigentlich darauf wir leben im informationszeitalter es sind ganz ganz einfache klicks und zwar würdest du auf crypto rank.io gehen gehst auf filter gehst auf kategorie suchst dann auch coinbase venture raus und wenn du das angeklickt hast dann apply dann hast du alle coins die auch im coinbase venture hinterlegt sind ich habe dir das ganze noch mal hier farblich markiert damit du einfach bescheid weißt welche coins eigentlich dazu gehören was wir jetzt tun werden vor ein jahr waren natürlich ja projekte da viele sind neu hinzugekommen und wir konzentrieren uns nur auf die markierten projekte denn die waren im letzten jahr im venture capital mit dabei und zum beispiel wie konomi oder moonbeam das sind relativ neue projekte die lassen wir erstmal so außen vor und du siehst coinbase capital venture hatte damals insgesamt 18 projekte oder in 18 projekten investiert mittlerweile sind es mehr als 35 und das einzige was sie tun ist wie gesagt crypto projekte zu finden zu analysieren zu spezifizieren und gegebenenfalls zu investieren so ein investment wird nicht von heute auf morgen entschieden über coinbase das ein langjähriger prozess und sie wollen natürlich auch auf nummer sicher gehen und sie wollen hundertprozentige gewissheit haben dass ein projekt erfolgreich wird und dass ein projekt auch potenziale mit aufweist so dass du erst mal für dich die recherche dann ja aushebeln kannst was mir aber noch mal wichtig ist für dich dass du einmal kurz siehst in welche branche sie eigentlich investieren also du kannst das gerne einmal durchlesen ich werde dir das auch verlinken das ist also die offizielle coinbase.com seite und darüber ist auch ein beitrag über coinbase venture capital auch hinterlegt also wir sehen dass die einzelnen portfolios unterschiedliche branchen und kategorien mit aufweisen viel defy viel web 3 auch metaverse und sie gehen auch auf jede einzelne branche ein und natürlich geben sie auch einen ausblick darüber wie diese branche abschneiden könnte wie das ganze defy eigentlich auch ausschaut und es werden auch noch konkrete beispiele genannt über solana terra cosmos polkadot und weiterhin auch auf metaverse fällt auch der begriff board a yacht club also ein überaus interessanter beitrag den du dir auf jeden fall durchlesen solltest wenn du dich in diesem punkt eben auch weiter blau machen möchtest denn das wären so die ersten anzeichen für erstmalige trends und auch nfts und sie geben auch hier in diesem bezug auch einen ausblick wie das ganze zukünftig ausschauen sollte und was im kommenden jahr eigentlich zu erwarten ist denn sie schreiben auch hier dass im boom 2017 ganz unterschiedliche anforderungen der fall war als jetzt im jahre 2021 also zu dem zeitpunkt wo der beitrag geschrieben worden ist sie geben hier wirklich interessante ausblicke aber wie sieht es eigentlich aus nehmen wir mal an wir investieren in diese projekte jeweils 100 dollar also in terra polygon uniswap the graph jeweils 100 dollar wie entwickelt sich eigentlich ein investment vom dritten januar bis zum fünften februar nach mittlerweile zwölf monaten wird dann auch jedem klar sein dass du auch in einer zeit wo bitcoin schon ich sage mal im februar am boden lag auch auch relativ hohe ROIs mitgenommen hast denn wir sehen dass wir zwar ja einige verlierer haben aber wir sehen auch gewinne und zwar geht es nämlich wie folgt btc und eth habe ich erst mal so weit ausgeklammert das wurde komischerweise hier nicht mit angezeigt aber wir gehen mal von luna matic neo uni und the graph aus also wir sehen hier natürlich wunderbare ROIs in Prozent also ein return on invest und wir sehen hier teilweise mehrere tausend prozent ROIs und aus 100 dollar dann 8400 zu erwirtschaften oder 8600 ist schon super sache und wir sehen auch dass wir zum beispiel bei compound auch ja ich sag mal kleinere verlierer haben die wirklich auch in einem markt wie bitcoin am boden liegt und alle anderen märkte komplett ins bodenlose gefallen sind das war es auch zu der zeit im februar der fall dass bitcoin so ein bisschen die korrektur eingeleitet hat und demzufolge auch viele abverkäufe es gegeben hat sehen wir dass wir von 100 dollar nur noch 94 dollar über haben oder von 100 nur noch 95 aber insgesamt haben wir hier ein return on invest in prozent von 1168 und ein reingewinn von 22.830 dollar was eigentlich sehr sehr interessant und auch gut ist bei 1800 dollar investments wenn wir jetzt uns noch mal das ganze stück weit weiter bewegen dann sehen wir dass wir wenn wir den sp 500 nasdaq gold und auch öl uns anschauen dann sehen wir dass crypto insgesamt hervorragend performt hat hervorragend auch wenn bitcoin in dem punkto auch gut gedippt ist haben wir einfach prozentuale wachstum von 22 prozent gesehen von nasdaq 11 prozent gold hat sogar auch abgenommen und natürlich öl mit 93 prozent im plus aber insgesamt 1168 prozent roi ist natürlich schon eine ganz ganz andere welt das ist insgesamt eine sehr sehr gute rendite würde man sagen wenn wir uns auf die einzelnen gewinner und auch verlierer uns einmal konzentrieren dann sehen wir dass von unseren investments die wir getätigt haben insgesamt fünf gainers übergeblieben sind und natürlich drei verlierer aber wenn wir uns diese prozentualen verluste uns einmal anschauen dann sehen wir einfach dass wir hier überhaupt gar keinen total verlust erleidet haben beziehungsweise nicht mehr als 50 prozent im minus fahren und in dem punkt nur von deinem reinen investment in humor rsi und auch compound haben wir hier nicht mehr als 40 prozent minus gesehen und das ist ja an an werterhalt und auch wertsteigerung wenn wir uns die anderen projekte anschauen überaus gut und auch das hat coinbase venture capital sehr sehr gut gemacht denn sie investieren in projekte die potenziale aufweisen die gewisse marktnischen bedienen und die womöglich auch in der zukunft auch wachsen können und das ist für mich persönlich wenn ich mir das ganze jetzt ungefiltert anschaue ist das für mich eine sehr sehr gute rendite erwartung man zum zum einen diversifiziert man mit seinem einsatz und zum anderen investiert man nur in projekte die auch ich sage mal coinbase geprüft sind und man hat natürlich auch irgendwo die ja die möglichkeit dass die einzelnen projekte auch eben bei coinbase gelistet werden könnten also könnten aber wie sehen die sektoren also die branchen aus in die coinbase eigentlich investiert und da hatten wir diese grafik auch gesehen es ist viel die frei mit dabei cfei und auch web 3 und auch nft metaverse ist auch ein thema und auch plattformen und auch entwickler tools sind mit dabei insgesamt kann man sagen dass coinbase venture sehr sehr viel in smart contracts darüber luna nir flow und cello investiert ich würde aber damit auch argumentieren dass matic auch eng verwandt ist obwohl es kein layer one technologie ist aber mit den hohen gas gebühren von ethereum wird matic eben auch der spitzenreiter im bezug auf skalierbarkeit auch absehbare zeit auch sein und wenn wir jetzt noch mal auf die übersicht von coinbase venture portfolio übergehen dann sehen wir einfach dass luna matic und auch ar sehr gut über performt haben teilweise haben wir unser geld hier für 84 fach oder auch für 86 fach und ja ich muss dazu sagen ich bin sehr überrascht dass auch wenn coinbase venture sehr sehr viel im defi bereich und auch im betrieb für protokolle und auch infrastrukturen investiert sind habe ich so ein bisschen kosmos und auch polka dort so ein bisschen vermisst und da könnte ich mir sogar auch ausmalen dass coinbase venture in zukunft in naher zukunft auch bei dem thema interoperabilität eben auch einen hohen zuspruch finden denn das habe ich in diesem beitrag gar nicht gelesen können denn das thema der interoperabilität wurde hier relativ wenig und ganz kurz und knapp angesprochen aber auch das würde ich einem abschnitt eben auch widmen statt die frei oder mit die frei zusammen aber insgesamt muss man dazu sagen dass sie sehr sehr trendorientiert sind und sie gehen auch davon aus dass im bereich nfc auch ein hohes wachstum eben doch mit einhergeht sei es jetzt avatare oder generell mit mit minting songs und all diese thematiken natürlich muss eine nfc das haben sie auch noch mal betont eine utility haben also einen konkreten nutzen und nicht nur kunst sein und auch sehr sehr trendorientiert finde ich stark und weiterhin kommt noch hinzu dass sie auch sehr sehr viel im bereich entwickler tools auch investieren damit sie eben auch mit der zeit auch gehen also es geht bei plattformen entwickler tools verlagert sich der fokus er auf web 3 und mit den toolkits die den entwicklern helfen dinge umzusetzen auf diese plattform oder auf diese trends steigt auch coinbase venture capital mit ein und insgesamt kann ich sagen dass man mit dieser thematik das ist nämlich eine einfache einfacher prozess auch einen guten guten gewinn mit erwirtschaften kann denn auch bei coinbase venture ist das erste ziel projekte zu finden die wirklich ertragreich sind und hier hat man denn eine erste übersicht davon welche in welche projekte sie investiert haben was für sie natürlich irgendwo trendorientiert ist und nicht jedes projekt schafft es in die in das portfolio von coinbase denn man muss dazu sagen colmes hat sehr sehr viele analysten sehr viele mitarbeiter die beschäftigen sich tagtäglich mit sowas neue coins zu finden um neue coins zu investieren aber diese investment prozess dauert natürlich extrem lange bei coinbase weil sie wollen auch sicher sein und rein theoretisch könnte man auch sagen das ist jetzt nur meine meinung meinerseits dass diese projekte wo sie auch investieren dass irgendwo auch die entwickler gedoxt werden dass kyc durchgeführt wird und dass das ganze auch irgendwo ruggpool sicher dann auch sein wird und in diesem punkto ist auch für die projekte wenn wir die sichtweise einmal wechseln ein investment von coinbase venture capital auch ein ritterschlag denn sehr sehr viele also leute die sich damit auskennen und auch diese jetzige thematik so verfolgen also das benchmarking prinzip verfolgen wissen auch dass wenn ein projekt ist hier in den poten das portfolio von coinbase eben auch schafft dass das auch relativ sicher ist das so kann man auch argumentieren und ja nehmen wir mal an wir investieren wieder 100 dollar jeweils auch ein mina protokoll und rally also all in die coins die neu hinzugekommen sind dann noch mal ein jahr warten dann würde das ganze bestimmt auch anders aussehen weil einfach das ganze auch ein landfristiges investment ist und in frühstadium auch ich sag mal finanziert zu werden ist für die unternehmen auch sehr sehr gut um ihre ziele zu erreichen so muss man das auch betrachten also fungiert hier coinbase auch als geldgeber um die ziele schneller zu erreichen so dass du einfach mit deinem geld hier so ein stück weit sicher aufgehoben bist und ja ich würde mich mal wirklich spannend interessieren wie du diese ansatzweise eigentlich findest hast du vielleicht eine andere perspektive oder vielleicht eine methodik womit du überaus erfolgreich bist schreib es gerne in die kommentare teile es gerne mit uns in der community weil natürlich auch das thema investment sehr sehr stark aktuell ist und ich will natürlich auch dass viele oder so viele leute wie möglich auch gegen scams und co bitconnect und wie sie heißen oder hießen auch abgesichert bist weil es sich natürlich auch in der kompletten kryptozene ja ich sage mal viel scam er sich auch herumtreibt und da muss man wirklich aufpassen wo man sein geld auch investiert ansonsten ich danke dir recht herzlich wünsche dir noch einen guten start in die neue woche denn hugo von der kryptos wäre maske